Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play, Pokémon Schwarze Edition. Ja, war gerade kurz im Pokémon Center, um mich zu heilen, weil meine Pokémon waren im Arsch. Ich hab zu viele Hütten, ey, die haben wir noch nicht erkundet. Ich hab Stärke bekommen. Hm, what the fuck ist er da fliegen? Dann gucken wir uns einen Stein mal an, den haben wir ja bei der Rute selber sehen. Das ist auf jeden Fall das Sportstadion. Ich hab im Team ein bisschen gewechselt. Für MRC springt jetzt wieder Marvin ein. Ich dachte mir, heute lässt du mal Evo selber mal die Arbeit machen. Gibt's oben welche? Ja. Das ist das Spielfeld. Und da wollen wir hin. Wir kommen auf dem Spielfeld. Ich bin hier Fußball. Ist aber auch alles Trainer. Pokémon und Fußball sind meine großen Leidenschaften. Trainiert doch mal eine Runde mit uns von der Pokémon 11. Ja, wir können jetzt hier trainieren und unsere Pokémon stärken. Und dann machen wir den zweiten Teil. Das wäre dann der Wettbewerb. Ich glaub, du bist so gefickt. Stimmt, du hast glaubt, Linge. Halt ja mein Gewaltrohr in Pokémon-Omega-Robin auch. Ach, du dreckiges Wichser-Fee, ey. Geh einfach verrecken. Ich soll für die Beleidigung aber... ...manchmal rast ich wirklich wegen sowas aus. Ist normal bei mir. Ja. Okay. Yep. Wir gehen mal auf gleicher Augenhöhe. Kopf 1, ja gut. Es wird dann da aus. Das gilt für die Spieler, ein Anbus-Fußball-Elf. Genauso wie für einen Trainer und seine Pokémon. Nice. Ein wahrlicher Trainer tut immer alles, was in seiner Macht steht. Okay, es gibt sogar auch hier irgendeins für Football. Laufen, laufen, immer schön laufen. Aber dabei, das denke ich, nicht vergessen. Ich spiele mit dem Pokémon-Fußball, nennt man das Pokémon-Fußball. Kurz Pokémon, aber ach nein, das war was anderes. Okay, der war gut. Fußball schon schön anzuschauen und macht viel Spaß. Selber kann man auch über Pokémon-Kämpfe sagen. Für ein Pokémon-Rösen-Double-Pass spielt man zunächst präzise einen Mitspieler an und läuft sich dann schnell frei, um dessen einschließenden Pass annehmen zu können. Wow, uns wird das Fußball erklärt. Schade, dass ich kein Fußball-Fußball-Fußball-Fußball-Fußball bin. Ich mache kein Fußball. Ich sehe es jetzt schon kommen. Dis-Likes für diesen Satz. Reicht es lang? Soweit dürfen wir nicht kommen. Die Gründe erkunden wir. Nach dem Thema im... Ja. Wir haben das angekündigt. Es geht los. Ab ins Musical. Ich habe lange aufgehört, das war auszuprobieren. Ja. So. Marvel, dein großer Auftritt. Ich bin entschädterbar. Ja. Grüße ich heute. Sonja mit Trixi. Okay, mit Hamsala. Chaos mit dem Monster Marvin. Hall, mit Rotgurt. Oh. Hall. Ich denke, er krascht wieder ein Hardware-Extraction-Layer. Frag mich nicht, warum. Das Programm hat er für... Boah, mir Reigen auf. Das ist eher was für Männer, die sehen was am liebsten. Das am liebsten. Also, auf die Deko, fertig, los. Ja, ich habe jetzt Zeit, Marvin zu kostümieren. Erstmal das. Dann die Brille. Das passt perfekt. Dann ein Stock und natürlich, was dazu gehört. Ein Gürtel. Lass dir auch ein Face zu mir. Tja, Marvin, bist männlich. Okay. Michael, du bist bereit. Dann geht's jetzt auch auf die Bühne. Außer dann. Viel Spaß. Ich hoffe, wir gewinnen. Wie geht das jetzt? Die kommen rein. Ach, du Scheiß. Der... Was ist jetzt jetzt? Was kann ich jetzt tun? Und? Rollen. Mach, wenn du das Ding nicht gewinnst. Ich raste aus. Ich sag's dir. Und? Ja. Okay Ja Okay geben wir keinen rang langweilig ich rastausch okay als bestrafung geht es jetzt ein ich weiß dass ich sagen soll ich habe schweigen aber keine scheiße leute was zum perfekten sein der scheiß ich bin gerade für streifung muss prüfen wie stark du bist ach du scheiße die bullen schnell weg hier polizist daniel ein hund so zortronen ich möchte dass du terry park mit deiner keiglinge aufschlitz los geht's raus ist ja fast schon abschreckend und das sagst du als polizist doch selber ich rast mit meinem fahrrad den pokokauf entgegen naja mit in da auch nicht dieses drecks viel was haben die immer mit ihrem scheiß pikul ende das ist doch für den arsch du bleibst ich mag das problem was soll das jetzt weißt du was tschüss stirb ich werde ich was effizieren die man nicht und schrauben mir an und bleibst du bereits vor drinnen das schaffst du schon müssen ich ja auch mal stärken aber ist eigentlich ein job für der gucke fährt was dabei 33 mein punkt ist immer noch sehr schwach stärke ich suche nach orten die in keinem reiseführer stehen sagt der reiseführer steuer einfach die sollen keine orte mehr aufschreiben und bastard verschwinde du bastard du gehörst nicht hierher das war drinnen als recht hier zu sein das wollen wir noch klar machen so sombring fahren mit den 1 na gut brauchen wäre ich da viel mehr hier haben wir die vollen es tut mir leid aber du musst sie lernen für mich ich hoffe ich tue ein himster sein einer muss ja stärker marfen muskeln passt perfekt zusammen so monster confirmed inals Narren was machst du denn hier solange diese verbunden sind kommt man überall und stellen sich entgegen den weg muß man ihm gerne gegen reden Du bist ein Item Ich will es haben Backpackerin Roxandra Was zum Teufel Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Na komm Zordronen Du Noob Noob Nur ein Noob versteckt sich in der Source Lecken Du bist freiwillig verbrannt werden Meinetwegen, wenn du unbedingt willst Verkuckel Das war Verkuckel und keine Angst Verkuckel Zeig mal, wie man das hier richtig macht Richtiger Brandstempel oben drauf Kein Wunder habe ich gerade das Overpoweredsteam ever Ich mag mein Team Yes Aquaknarrie gehört der Vergangenheit an Jetzt habe ich den Die Wasserdüse Und ja Was haben wir denn da? Ein Pickel Chiller Oh, wie geil Tja Nur zu tun, dass du gefangen wirst Was, Düse? Ding Dang Dong Danke Ganz tolle Wurst Ich bin am Arsch Nein Nein Zordronen Bleib am Leben Ich brauche dich noch Ich habe keinen Bock, dass du mir noch Vor die Hunde gehst Du weißt doch Bitte Bitte Ich bin Ich bin geil Ich habe gerade irgendeine Taste gedrückt Irgendeine von den ganzen Wien Ich habe auf einer Zertatur Und bei Zufällig an eine Save-State-Taste gekommen Get wrecked, son Get wrecked Größter Fail Des ganzen Let's Plays Chaos kommt zufälligerweise auf eine Taste Und aktiviert Seine Wut Ich weiß Wir haben es nach 20 Uhr Scheiße Verdammt Bitte Das Ding kotzt mich an Das Ding kotzt mich an Na endlich Wie lange haben wir uns gebraucht Um das teilzufangen Ein Schin-Chiller Private Frage an alle Wer von euch hat ein Schin-Chiller zu Hause Müsst ihr nicht beantworten Wenn ihr nicht unbedingt wollt Wenn ihr sagt Ja, das ist privat Das sollst du nicht wissen Dann braucht ihr mir das nicht schreiben Aber wenn ihr schreiben wollt Wenn ihr einen Schin-Chiller habt Dann schreibt es doch mal Und dann könnt ihr auch Eine Erfahrung sagen Sagt Ja Die gibt's Nette Türe Oder Nee Nicht wirklich Evo ist der ab Rein, ein Speck Oh, glaub ich Dass es gleich neben der Großstadt ein so ruhiges Plättchen Wie dieses gibt Ich finde das ganz toll Komm, lass das Kämpfchen wagen Na gut Und dann noch einen Kaffee Nein, Spaß Rotomorf, der Mauerwurf An wen erinnere ich mich gerade Ich dachte gerade an irgendwas Keine Ahnung Guck das Rotomorf an Ach ja Evo Serp Kannst du deine KP wieder aufladen Na also So gefällt es mir viel besser Evo Serp Ich hab meinen Feli-Loot zu Kleoparda Weiterentwickelt Das heißt Das war ja schon in Pokémon Platin Und das wird er auch hier sein Er wird ein wichtiges Pokémon Sein und ein wichtiges Mitglied meines Teams Wer sich glaubt Ähm Mal aktivieren Heim der Täuschung Was gibt's denn hier? Ein Wow-Ball Ganz große Klasse Wir haben jetzt schon 20 Minuten zusammen aufgenommen Gut Ich würde sagen Ich glaube noch Sag ich mal in deinem Bandischen Part Dann werden wir im nächsten Part Den Heim der Täuschung erkunden Da haben wir doch mal ein schönes Ziel Für diesen Part Na komm Slam Wieso kann ich sie slam? Hast du Ability dagegen oder was? Raubklinge So Erledigt Und tja Schauen wir's doch da hoch Das hab ich in die Wald entwickelt Deswegen Fehlt da noch was Nein Flucht Ich weiß nicht Oh komm Nee Oder Ja Wirklich ist in die Vierzehnliche Werbvorstellung Was die einen Werbvorstellung Kann für die anderen Das höchste Klick bedeuten Gerade diese Vielen Verschädlich Werbvorstellung machen Weil man auch Zähne Recht um unsere Welt aus Ich liebe es in der Welt Um zu reisen Mit allen verschiedenen Menschen Nebenwischen Menschen ins Gespräch zu kommen Aber die Frau In diesem Wohnen Und wir denken Ganz anders Über sie bevorzugehen Leben Stand Einsamkeit What the fuck What the fuck What the fuck Ihr könnt natürlich wieder Kommentar Eine Wertung Da lassen Und wir sehen uns Im nächsten Part wieder Bis dahin Emerald Kontroll Noch ein Bis dahin Und hör Bis dahin Bis dahin Bis dahin